Lohnt sich die Arbeit bei Amazon? Hi, ich bin Scherifa und ich habe heute mal ein paar Fragen mitgebracht. Thema Bezahlung. Kannst du auch ganz offen sprechen, was du sagen möchtest und was du nicht sagen möchtest, dir überlassen. Also ich finde den Stundenlohn, gerade wenn man hier auch anfängt, der ist halt wirklich gut. Ich kann mir alles mein Leben komplett gut finanzieren. Ich habe ein Auto, ich habe eine Wohnung, ich kann mir alles leisten eigentlich. Ich habe eine eigene Wohnung mit meinem Freund zusammen, wir können halt trotzdem immer noch viel sparen und auch in den Urlaub fahren, ja. Oh yeah, I can go on vacation. I was in Ghana last year January. Ist es so, dass sich dein Lohn auch regelmäßig erhöht? Ja, eigentlich schon, also bis jetzt jedes Jahr. Und musst du auch manchmal unbezahlte Überstunden machen? Nein, gibt es sowas nicht, nein. Unbezahlte Überstunden? Ja. Nein. Würdest du die Arbeit und die Bezahlung bei Amazon deinen Freunden empfehlen? Ja. Ich habe, nachdem ich ein Jahr hier gearbeitet habe, habe ich meine Mutter mit hierher geholt, weil ich die Arbeit so gut fand, also ich würde direkt meine Freunde auch alle herholen, wenn die nicht schon einen Job hätten. Die Amazon-Aktie ist fast ein 13. Monatsgehalt für mich. Ja, I received my first talk last month. So it's amazing. It's quite an amazing thing. It's one of the things that I know about Amazon, that other companies don't have. And I feel that's great to make investment for every worker. Dafür, dass viele Leute so auf Amazon rummeckern, haben wir ganz schön viele Vorteile anderen Leuten gegenüber halt. Ich bin hier jetzt fast von Anfang an dabei. Und ich habe durchweg eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Ganz ehrlich, ich wäre gar nicht so lange hier, wenn das nicht so wäre. Zum Prail! Zum Prail! Zum Prail! Z generateddollar dein Lob". Zum Prail! Vielen Dank.